21 Jahre jung ist Tamo Petokoski aus Finnland, der bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen eine Riesenchance bekommt, sich als ständiger Gastdirigent weiterzuentwickeln. Für mich ist das nicht nur ein Orchester, es ist meine Familie. Es ist eine Ehre und immer eine große Freude, weil ich liebe sie so sehr. Mit ihnen Musik zu machen, ist vielleicht das Beste in meinem Leben. Erste Probe der Zauberflöte, Vorbereitung auf das Konzert beim Sommer in Les Mona im Knobspark. Für Tamo Petokoski wird es eine Premiere sein. Hallo Freunde, ich habe euch so vermisst. Lasst uns eine Entscheidung treffen. Dass niemand in dieser Woche krank wird. No one gets sick. That would be. Das war's. 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 Ahlers Leben ist einfach die totale Sensation. Er ist unfassbar lebendig, unglaublich zielgerichtet. Hochbegabt und gleichzeitig mit Mut ausgestattet, sich vor so ein Orchester hinzustellen und seine Ideen zu artikulieren. Hat einen Erfahrungsschatz von 100 Jahren mindestens. Wer weiß, wo sowas herkommen kann? Wir haben keine Ahnung. Aber wir sind unfassbar glücklich mit ihm. Tamo Peltokoski gilt als finnisches Multitalent. Er hat Dirigierwettbewerbe gewonnen, ist ein preisgekrönter Pianist. Mit 8 Jahren spielt er schon Klavier auf hohem Niveau. Musikalische Eltern hat er nicht als Vorbild. Ein paar Jahre später entscheidet ein anderer Videoclip auf YouTube über seinen Lebensweg. Ich war 11 Jahre alt, als ich die Musik von Wagner zum 1. Mal entdeckt habe. Und in dem Moment begriff ich, dass diese Musik das Zentrum meines Lebens sein wird. Und mit 14 beginnt er dann mit dem Unterricht bei einem renommierten finnischen Dirigenten. Mit der rechten Hand gibt man das Tempo vor. Und mit der linken die Dynamik. Mehr oder weniger, jetzt bist du dran. Aber das sind wirklich nur die Basisdinge. Dirigieren ist nicht so leicht, wie jeder vielleicht denkt. Es braucht Jahre und Jahre, um es zu lernen. Als Dirigent muss Tamo Peltokoski das Orchester führen und fordern und dabei die musikalischen Persönlichkeiten nicht aus dem Auge verlieren. Dieses Orchester ist in jeder Hinsicht anders als all die anderen Orchester. Ich sage, es ist das Beste. Und das glaube ich wirklich. Die Chemie stimmt auf jeden Fall. Und wie das dann klingt, können die Konzertbesucher am Wochenende hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017